Dieses von Sony hergestellte Produkt erhielt 9 von 10 Gesamtpunkten. Es ist das am meisten gewünschte. Für diese Eigenschaften wird es sehr geschätzt, Bildstabilisierung, Bildqualität, Autofokus, Qualität, Haltbarkeit, Tonqualität, Zoom. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind und mehr darüber erfahren möchten oder einfach nur den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Die von unserer Redaktion vergebene Endnote für dieses Sony Produkt lautet 10 von 10 Punkten. Es ist derzeit das exklusivste in dieser Auswahl. Es ist eine der beliebtesten und populärsten Kaufoptionen bei den Nutzern, was durch die mehr als positiven Bewertungen derjenigen, die es ausprobiert haben, belegt wird. Den Preis für diesen Artikel und weitere Informationen finden Sie über den Link am Ende der Videobeschreibung. Die Endnote für diesen Blackmagic Design Artikel ist 9.4 von 10 Punkten. Es hat sich herausgestellt, dass es unsere beste Wahl ist. Seine Vorzüge sind Bildqualität, Touchscreen, Autofokus. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Produkt wünschen oder es kaufen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung am Ende des Videos. Die abschließende Bewertung dieses Sony Artikels ist 8.6 von insgesamt 10 Punkten. Im Moment scheint es am meisten verschenkt zu werden. Seine Besonderheiten sind Bildqualität, Qualität, Haltbarkeit, Autofokus, Bildstabilisierung. Wenn Sie weitere Informationen wünschen und den Preis für diesen Artikel erfahren möchten, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Dieser Artikel von Panasonic wurde mit 8.4 von insgesamt 10 Punkten bewertet. Es ist der Verkaufsschlager auf Online-Portalen. Es erweist sich als eine mehr als gute Lösung mit ausgezeichneter Leistung und wird, wie die Bewertungen zeigen, von den Nutzern, die es bereits gekauft haben, sehr geschätzt. Wenn Sie weitere Informationen suchen und den aktuellen Preis für dieses Produkt sehen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Die Bewertung dieses Panasonic-Produktes ist 9 von 10. Es ist das offensichtlichste in dieser Auswahl. Seine Stärken sind Zoom, Bildstabilisierung, Bildqualität. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen oder mehr darüber erfahren möchten, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. ? ? Untertitelung des ZDF, 2020